So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Maxout Monday, das ist der Ramses, das ist die Jena oder auch Shania oder auch Jennifer Brohn. Wo wie war nochmal die Adresse, die haben wir noch nicht geleakt, also ansonsten haben wir schon alles gesagt, was es gibt. Kleine Special-Folge mit Special Guest und so, gefüllt mit Döner und jetzt gehen wir mal gleich hier rein, denn ich habe wieder einen Titel-Pokémon vorbereitet, worauf ich ganz stolz bin. Was ich maxen möchte und dann nehmen wir natürlich wieder 5 Vorschläge aus der Community, die ihr unter das letzte Video gemacht habt. Welches Titel-Pokémon hätte dieses Mal auch gut gepasst? Segrom oder Segrom. Und wenn es nicht legendär ist, dann? Die Däne. Ja, die Däne, aber ihr habt ja bestimmte Däne vorgeschlagen, weil ihr ja so schlau seid, dass es ja gerade ein Event ist, wo es bestimmte Pokémon häufiger gibt und habt genau diese vorgeschlagen, damit ich dann Bonbons und Hunderter aus dem Event nehmen kann, um das jetzt zu maxen und nicht was anderes. Mal gucken, ob die Däne drankommen. Wir haben letztens Viridium-Rates gemacht, als Viridium da war. Viridium war das Einzige, was mir noch gefehlt hat von den Rittern der Rätlichkeit, wenn die so heißen. Da hatte ich Schnüffel an deinem... Nee, der ist zwischen Rucksack und Tasche der Adi aus. Gut, jetzt kommt er her. Das haben wir gemacht. Ihr seht, ich habe immer noch über 1100 XL Bonbons. Das ist ein Hunderter, ist aber aus einem Lucky-Trade rausgekommen. Der Trainer Sir Apps hat mir das getradet. Es ist 100% lucky geworden. Endlich. Das heißt, eigentlich, als ich die XL voll hatte, hätte ich gar nicht mehr raiden müssen. Hätte nur noch getradet. Spart man Geld. Und jetzt ziehen wir das Ding einfach hoch. Es hat Sankto-Klinge. Das ist auch richtig genial, weil es ja eben im letzten Event war, wo die da waren und alle Sankto-Klinge hatten. Kommt jetzt auf 3417. Das sieht sehr gut aus. Das kriegt ja auch den Level 50 Tag. Hast du einen? 100% Viridium. Nee, das fehlt mir noch. Da bin ich immer noch am tauschen. Viridium, Komma... Wir haben nämlich mein Trio auch voll. Ihr seht, Cobalium ist es ja auch. Der kommt genau auf dasselbe, auch 3417. Hast du 100% Cobalium? Zwei mittlerweile, ja. Zwei. Und wie sieht es aus mit Terrakium? Ah, ich sage ein Schundo. Schundo hat sie. Ja. Wie sie das wieder gemacht hat. Ihr seht, der hat auch Sankto-Klinge natürlich. Ist auch hier auf 100%. Das heißt, dieses Trio ist jetzt fertig. Das ist wie Cobalium. Das ist auch ein Lucky vom Matze gewesen und so weiter. Nehmen wir das mal alles hier wieder weg. Passt Cobalium da aber irgendwie nicht rein. Alles Glück, sondern hat dann nur Cobalium nicht. Nee, nee, nee. Dafür ist bei dem Viridium, das hat kein Best-Buddy-Batch. Der muss eigentlich auch noch dran, dass es perfekt ist. Weil, ich habe die Medaille eh noch nicht voll für die besten Buddys. Da fehlt noch was. Habe ich eins, was ich noch hochziehen kann mal. So, wir gehen jetzt mal auf das letzte Video. Gucken mal in eure Vorschläge rein, was ihr vorgeschlagen habt. Und sehen als erstes. Du liest die Namen vor, wer es ist. Niklas Mann, ein, nee, zwölf. Eins und zwei, genau. Ja, nur eins, zwei. Der sagt hier Voltula, Hydragil, Matrifol und Quiekel. So, du hast ja alles gemerkt. Ich gucke erst mal nach Voltula. Voltula. Okay, Voltula ist es. Brauchen wir gar nicht nach dem Rest gucken. Wir haben genügend XL, wir können das pushen. Und es kommt auf 2.494. Warum hattest du das noch gar nicht gepusht? Nö. Das ist schon sehr interessant. Siehste, hat auch keine Entwicklung und nix. Das heißt, das passt perfekt, dass wir das jetzt hier rein. Achso, ja, das ist ja WhatsApp, ist das ja vorher. 2-4, ist das gut für die Hyperliga? Du spielst so oft GBL. Ich habe die früher eher für die Superliga. Superliga, in der Superliga sieht man das oft. Mit 2.494 geht das dann auch in der Hyperliga? Schreibt es mal in die Kommentare. Von dem WP her würde es passen. Weil ihr braucht ja einen 100er auf 50, damit es am nächsten an die 2.5 kommt. Und wenn das unten vielleicht... Lässt du die Brille in Ruhe? Gute Dienste leistet. Vielleicht macht es das ja da oben auch. Also, erster Vorschlag passt. 4 sind noch offen. Zweiter Vorschlag kommt von... Wer ist es? Jenaia 86. Du! Meine Vorschläge Pikachu, HondiU, Alola, Radfratz. Wie habe ich mich eben noch aufgeregt über die Leute, die immer dann die ersten Stufen nennen und so. Aber naja, gut. Das reicht jetzt. Ja, pass auf, dann machen wir es so, wie es ist. Pikachu. Moika. Pikachu nach WP sortiert. Wir haben hier ein 100% mit Mütze. Wir haben ein 100% normales. Wir haben ein 100% Halloween-Dings-Kostüm-Mimikma. Wir haben Partyhut. Wir haben Partyhut Teil 2. Wir haben Ballon. Wir haben so. Wir haben dit. Wir haben wieder normal. Wir haben OH. Das wird ja passen. Wir haben hier mit Walmar Ball. Das ist viel zu kompliziert bei Pikachu. Wir haben den hier mit den Schämenblümchen. Nochmal mit Mütze. Nochmal mit Mütze. Hier mit dem Hemd noch. Hier mit dem Pullover. Mit dem Weihnachtsdienst. Am besten wäre es, man pusht einfach das ganz Normale. Da gibt es keinen Streit zwischen dem Kostüm. Also Raichu habe ich ja auf jeden Fall. Ich habe gar nicht gedrückt. Ich müsste eigentlich hier. So müsste ich drücken. Entwicklungsreihe anzeigen. Dass man hier erstmal guckt, ob die Endentwicklung gemaxed ist. Endentwicklung ist gemaxed. Und dann ist das erste Normale, was wir haben, das. Und das ist ein weibliches. Und weil du auch ein weibliches bist. Und weil es dein Vorschlag ist, wird eben ein weibliches Pikachu gemaxed auf. Pikachu muss ohnehin gemaxed werden. 1060. Aber Pikachu ist ja eigentlich, wenn man es original betrachtet, Ash, der hat doch männliches, oder? Ja. Siehste. Also haben wir es jetzt falsch gemacht. Drücke ich auch Level 50. Pikachu, max out. Zweiter Vorschlag. Drei haben wir noch. Nächster. Wer ist es? Benjamin Engel. 507. Dann schlage ich Ritzeros und Sichlor vor zum Echsen. Sichlor, glaube ich, geht immer noch nicht. Weil wir haben hier ein Cherox auf 50, aber Sichlor uns fehlen die XL. Benjamin. Spittetisch. Was war das erste, was er gesagt hat? Hatte es das nicht schon gemäßt? Ritzer. Ritzeros. Wir haben natürlich ein Rihonjor. Wir haben Ritzeros. Ritzeros, ach so. Also, ja, dann müssen wir jetzt dieses läppische Ritzeros machen. Kommt trotzdem, obwohl es noch eine Entwicklung hat, schon auf 3,5 und damit höher als viele andere. Zertrümmerer, Erdbeben, Fangkarte, Tag 50. Benjamin trotzdem ein Punkt gemacht in der Maxout Mania. Jetzt neu. So, zwei Vorschläge noch. Wer ist als nächstes da? Miku, MK2754. Ach, ja, Miku. Ach, guck mal, da ist der Dänne. Mein Vorschlag wäre die Dänne von Miku. Guck mal. Ja, dann hast du ja heute zwei Vorschläge gehabt, Genaya, ne? Geben wir mal die Dänne ein. Haben die Dänne einmal mit Kostüm, einmal ohne. Spaß, hat gar kein Kostüm. Das ist gar kein Hunderter. Nur das ist ein Hunderter. Also müssen wir das maxen. Das hat Teggel und Knuddler. Ach, hast du vergessen, vier Sterne einzugeben? Nö, nö. Ich habe nur keinen Hunderter Tag dran gemacht. Das ist das Problem. So, kommt auf 2081. Kriegt den Tag dran. So, 2081. Der Dänne, vier Vorschläge von euch. Einer fehlt noch und hier haben wir... Eiskorb Jens. Eiskorb Jens. YouTube. Würde mal ein Vulnona oder ein Tentoxa vorschlagen. Ja, gut, Vulnona hatte sie ja schon, ne? Deswegen gucke ich erst mal nach Tentoxa. Tentoxa 50. Also haben wir noch Tentara übrig. Können wir sogar machen. Pushen wir noch einen Tentara und sind dann schon wieder fertig. Und das war es alles. Gerade mal acht Minuten, die kürzeste Max Out Monday Folge. Obwohl wir so viel geredet haben. Oh mein Gott. Ne, es geht jetzt halt wirklich schneller, dadurch, dass ihr halt einfach die Vorstufen kriegt, wenn ihr die Endstufen schon habt. Rest ist egal. Grüße gehen raus an alle anderen. Tee Tome, Keks, Yoshi, Baloo, Kai, Potsch, Bognou, Jochen Strehl, Scheinhox, Pizza Bode, Zeus, Arjen Hubert, Dauschikennagel, Juwenta, Timo Rüger. 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 Gibt es keine Ü oder Wort? Naja, egal. Das war es von meiner Seite aus. Nächstes Max Out. Gibt es jetzt ein Event? Das neue, dieses komische Flampion Event kommt ja. Ja, genau. Mit komischen Tieren drin. Da muss ich mal gucken. Flampivian habe ich auch schon. Wenn nicht, vielleicht kommt ja jetzt doch 100% Riggi Ice. Bis nächsten Montag. Kann passieren. Jeden Tag Spezialtausch. Dann hat es eine Raid Mania. Also ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es auch. Riggi Ice zum Maxen auf 100%. Ansonsten gehe ich jetzt hier raus. Das war es von meiner Seite aus. Danke Jenna fürs Managen und Vorlesen. Und heute Abend denke ich mal trotzdem chill mit Ramses. Vielleicht verkürzte Version. Aber wir müssen mindestens eine Stunde bis 21 Uhr machen. Dann die Verlosung vom Gewinnspiegel. Mal gucken, wie die Jenna da noch Bock hat. Peace out. Ich habe immer Bock. Vorhaut. Bei chill mit Ramses. Ja, aber du hörst ja nichts. Ich habe ja einen Kopfhörer. Das ist er. Ich habe immer noch keine Lösung gefunden, dass wenn mal ein Gast da ist, dass der was hört. Also ich lege den Kopfhörer da hin. Mach es so laut, dass man das, was wir hören, nochmal durchs Mikrofon wieder rein hört. Oh Gott. Ach, keine Ahnung. Das war es. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Eure Jenna. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Genau. Bis dann. Bis dann.